Was habt ihr hier verloren? Hier in meinem Haus? Ihr glaubt doch nicht ernsthaft, dass ich euch einfach wieder so gehen lasse? Hm, wie? Ihr seid gekommen, mich herauszufordern? Mich? Den großen Rätselmeister? Gut, geht mir kurz. Ja? Da fällt mir etwas ein. Neulich, da ist meine Lieblingsschallplatte verloren gegangen. Oben im Dach habe ich ein Lager. Dort müsste noch eine sein. Vielleicht könnt ihr auch meine Angestellten ein wenig um Hilfe fragen. Und es schadet sicher nicht, wenn ihr erstmal das Licht abmacht. Ich gebe euch eine Stunde Zeit, dann will ich meine Musik hier aus dem Plattenspieler hören. WELCH! WELCH!